Wie kann Technik die Dramaturgie unterstützen? Kleiner Spoiler vorab, indem sie dafür sorgt, dass Präsentator und Inhalte optimal beim Zuschauer ankommen. Dabei sollte Technik das Transportmedium sein, aber nicht bestimmend. Was benötigen wir dafür? Input, technisch gesehen der Redner mit seinen Inhalten. Das Medium, wie kommen Redner und seine Inhalte zum Zuschauer? Und als Output das Endgerät des Zuschauers. Technisch müssen wir alles unternehmen, um das optimale Bild beim Zuschauer ankommen zu lassen. Der Input sind spannende und interessante Bilder. Um diese zu generieren, benötigt die Kamera Tiefe im Setbau, spannende Details für das Auge, gutes Licht und schöne Blickwinkel. Das heißt, eine interessante Szene für eine spannende Dramaturgie. Der Zuschauer ist verwöhnt von TV-Formaten und erwartet das, ob bewusst oder unbewusst. Und natürlich benötigt die Kamera, wie Detlef schon erwähnt hat, einen geprobten Redner. Die Technik soll ihn dabei unterstützen, Augenkontakt zu halten. Und dafür benötigt es optimale Positionen für Vorschau-Monitore und Teleprompter. Aber alle diese Tools helfen der Dramaturgie nur, wenn mit ihnen geprobt wurde. Wir haben die letzte Zeit unzählige Webinare und Webkonferences gesehen. Wir haben Präsentationen gesehen, Slides und Charts. Aber wir dürfen nicht mehr in Slides und Charts denken. Wir müssen in spannenden Bildern denken. Und hier kommt das zu tragen, was wir auch schon immer im Realen gesagt haben. Der Content muss auf das Wesentliche reduziert werden. Weniger Text, mehr spannende Motive und hier die digitalen Möglichkeiten nutzen. Größe und Location spielen keine Rolle mehr. Wir können Modelle zeigen, wir können diese zerlegen und somit das Unsichtbare sichtbar machen. Das Medium bestimmt, wie das Bild beim Betrachter ankommt. Hier gilt es zu klären, ob Streaming, Webkonferenz oder Video on Demand. Dazu müssen wir folgende Fragen beantworten. Welcher Content soll mit welchem Qualitätsanspruch transportiert werden? Wer ist die Zielgruppe? Und wie und wo konsumiert diese? Welche Interaktion ist gewünscht? Austausch in Echtzeit oder ist ein Zeitversatz akzeptabel? Kurz zusammengefasst. Gute Ton- und Bildqualität erhöhen die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer. Webkonferenzen bieten Austausch in Echtzeit, aber mit leicht reduzierter Übertragungsqualität. Streaming hingegen bietet die Qualität, die wir als Zuschauer erwarten. Damit kommen wir zum Output. Auf welchem Gerät konsumiert der Zuschauer? Gerade auf mobilen Endgeräten ist die persönliche Ansprache noch viel wichtiger als kleinteilige Präsentationen. Bereits heute werden neue Formate getestet, zum Beispiel 9 zu 16 Hochformat im Fußball. Und der Zuschauer gewöhnt sich daran, weil andere Apps diese ebenfalls so nutzen. Darauf müssen wir die Settings für Kamera und Bildgebung aufbauen. Und damit kommen wir zu unseren Key Takeaways. Der Raum ist entscheidend für die Bildsprache. Technik unterstützt die Dramaturgie, steht aber nie im Mittelpunkt, sondern der Redner und seine Inhalte. Das Entscheidende ist das gesendete Bild. Es soll Interesse und Emotionen wecken und so in Erinnerung bleiben. 1. 6.